hallo und herzlich willkommen zurück zu wie komme ich denn jetzt jeden graf das in der ocean world so kann man es glaube ich sagen es gibt ja verschiedene welten haben wir ja beim ersten teil gesehen also jetzt nicht in der vollversion später die auf jeden fall gespielt wird da könnte auch ein furz drauf lassen so okay warum ist das eigentlich hier so lange richtig doch gar nicht so okay hier kommen die kupferteile raus dann brauchen wir die nummer 3 und wo ist der eingang genau gegenüber also muss es so hin der kommt hier so hin ja passt dann in null zweimal so einmal klickt und schon ist es doof warte mal da ein hen und wir machen noch mal hier ein hen so wie ist das zu dicht dran naja geht perfekt dann kommt hier raus wollen wir mal hier platten ja ist denn verbunden wäre wird es auch gehen und hier werden gemacht kabel unser strom lässt gleich wieder zu wünschen übrig da war hier nicht noch eine kupferhöhle eine schwefelhöhle da habe ich die schon ausgeräumt nee nicht ganz hier habe ich einen vergessen das war's ja guck mal hier auf fundamenten ich finde das sieht viel cleaner aus ist nicht ganz mittig aber das sollte mir jetzt mal egal sein so ich hatte das übersehen das ist irgendwie ein riesen lager steht aber nicht dabei wie groß das ist oder nee ich habe auch nicht alles dafür so was haben wir jetzt hier noch gekriegt das ja den sollten wir bauen okay dann hänge ich jetzt mal an den baum es muss alles grüner werden basalt vorkommen stand da eben basalt vorkommen da stand doch eben als ich dadurch durchgesprungen bin da stand doch da basalt vorkommen da großes basalt vorkommen aha okay das ist der dicke stein alles klar so hier terraformen mit den dingern hier nicht besonders effizient weil ich baue mal einen wieder ab den dann passt auf da unten rechts ich bekomme nur den zement raus und die dinger kosten ja die kosten nämlich auch eisenplatten und die sind dann alle weg gewesen ich hatte kein strom war alles weg echt hammer so aber es muss trotzdem gemacht werden wir sind jetzt sind sie ja automatisiert die dinge so der passt da nicht hin okidoki aber jetzt da ich eisenplatten habe ist das nicht mehr so schlimm also zwischen den folgen das war schlimm ähm ja das kriege ich jetzt da nicht mehr hin ne ui doof muss ich das später machen so ne brauche ich glaube ich keinen oder ist egal wollen wir trotzdem hin ja hier ist nochmal eine kleine erhöhung bis dahinten hin schätze ich mal sind gleich meine ganzen eisenplatten wieder weg ähm war da in die richtung muss ich bleiben ne so hat er das jetzt da rein geschoben wo hat er hat er hat er hat er geht es hier auch ähm so geht jetzt sind die in der luft ist mir aber egal ne ach nee null so wenn er das macht mir soll es recht sein ja so sind wir jetzt hier mal durch was ist jetzt wieder mit meinem licht los ne wir sind noch nicht bald durch ich war hier glaube ich mal zumindestens sauerstoffmangel sehr sehr schön wo geht's jetzt hier hin ähm da höhüpf hallo sagte höhüpf so okay schauen wir mal gibt es sonst noch was neues ach das wollte ich bauen ne wollte ich auch anheften hatte ich angeheftet jetzt ist es nicht mehr angeheftet aber 12 Eisenbalken 12 Eisenbalken uiuiuiuiui scrollet nochmal so viel wie geht geht wahrscheinlich gar nicht weil ich keine Eisenplatten habe Ok vielleicht sollte man das zuerst nochmal moms wem wo 39 ja sieht so aus mist die werde ich wohl noch brauchen hüpf und eisenplatten brauche ich da ja die habe ich ja jetzt verbraucht ja die brauche ich ja stimmt immer diese rennerei ich will ein chat pack gibt es so was vielleicht brauche ich das hier mal gleich um so was man das eisenbalken das ist die habe ich ja ein noch rotoren kabel habe ich nicht dabei und gefilter das wäre schwefel erz bilder bräuch 10 10 gefiltert ok schwefel wo war schwefel warum kann ich hier oben nicht sortieren und aus 10 gefiltert also 10 filter ja dann mach mal habe ich jetzt habe ich einen hergestellt warte macht zehn stück subi wo ist das heute heiß draußen da kommt noch der pc von unten richtig klasse und unten kommen 40 grad von draußen kommen 30 grad ich sag dir sind 70 grad in der wohnung natürlich nicht so rotoren abel und gummi riemen gummi riemen ich komme ich ja gar nicht mehr durch warte was kann so nicht bleiben aber abbauen ist halt auch fein in der warte nehmen wir gleich ein paar mehr gummi riemen mit und den kann ich weg den nicht aber er kann weg ja du kannst auch weg hier ist der boden gerade also kann das weg als stopp doch da ist einer also kann der weg die du kannst auch weg so hier rotoren was so keine kabel mehr kabel so muss da auch wasserrand ich weiß es gar nicht mehr kommt da wasser daran das ding sieht so aus er hat ein wasser anschluss ja das war jetzt bitter habe ich hier noch beton mit und ich hoffe es weil dann muss ich das hier komplett noch mal alles umbauen und er schwebt hier voll in der luft funktioniert trotzdem das kann so bleiben ach mal jetzt anständig sie doch mal ich verstehe nicht manchmal geht das manchmal nicht ja warum ist das so so nicht muss ich in meine richtung gucken keinen plan nicht zu hoch oh das könnte es gewesen sein war zu hoch Mist was mache ich denn hier warte ich brauche noch wasser ne das ding muss da hin dann muss ich das hier alles wieder abbauen so jetzt sind die sachen die da drinnen waren natürlich weg ja ich hält ja die sind jetzt weg ja gut kann ich so so einbauen mhm mhm so hier hin ok das geht die anderen dinge auch noch mal da hin bauen so dann so dann und hier ein splitter hin ne so ok dann ja mhm alles klar komm schon komm schon da war es doch eben da war es doch eben geht ach nee ähm ne für die anderen dinge brauche ich ja gar kein wasser ne die kann ich ja hier hin bauen mache ich mal das mache ich die kommen jetzt hier hin keine leiterplatten mehr ich habe mir alles kaputt gemacht guck mal das ist nicht hübsch gummi das ist alles andere als hübsch ich habe kein zement mehr für den zonendünger kein zement mehr oh boah wird eng mhm und dann brauchte ich noch mal zwei leiterplatten ok zwei leiterplatten habe ich noch kupferplatten am start jo ich leiterplatten machen warte nein da den könnte ich bauen ja braucht er auch leiterplatten nee ok dann kann ich den auch bauen ja ja aber gefällt mir ja so absolut nicht da hinten ganz und gar nicht aber ich will das heute noch fertig bekommen will hier grün sehen grün grün sieht kacke aus warte zement leider platte gang gut dann muss der halt ein bisschen höher wenn ich mich da hin hier so kommt halt ein stückchen weiter nach vorne vielleicht hier bündig mit dem ding ja was soll's ok wie ist das so schief das ist schon wieder so schief ich dein ernst das ist schon besser aus ok 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 hier waren's gummi und hier war's riemchen ne gummi reifen ok geht so jetzt braucht der wasser ja der braucht wasser ok ich stell den hier hin so und wo kommt wasser von da kommt er hier hin macht er das schön ich kenne nirgend eisenplatten wann reicht's denn für das ding guck mal er kann doch nicht machen ach ja ok da dann kommst du hier an rand ok das wird auch nicht reichen wahrscheinlich nicht ne guck mal mehr an rand geht nicht ach steuerung z geht nicht das sein können so jetzt nochmal ähm ein letztes mal dann kommt's halt hier ganz am Rand so ne das geht jetzt nicht hä hä wenn ich doch verkack eiern oder ähm vielleicht muss ich's einzeln machen warte mal hier hin und dann von da hier hin das sieht doch schon besser aus äh jetzt habe ich hier so'n Gummibogen drin man was fehlt ein eisenplatten ich glaube ich auch noch die hole ich immer noch schnell und dann werfen wir den begrünungsprozess die nicht beim letzten mal schon dachte dass er angeworfen ist aber nie das war nur der fertilizer also der dünge eisenplatten da guck an haben wir noch oder aufwendiger ja ich kann die halt nicht drehen warte mal warte mal da muss es in die mitte so dann hier hin ja die mitte war nur woanders man nochmal die mitte ist hier okay also hier da ja passt doch geht ne ok produziert er 18 pro minute braucht er steht da gar nicht da steht nur für wasser brauche die 74 prozent wasser einwärtig prozent hat kann ja was werden ok das heißt wir brauchen mehr energie alles klar gut dann bedanke ich mich mal fürs zuschauen wir sehen uns morgen bis dahin gehabt acht nicht gut und schnapp tschüss tschüss